Spring, spring, ducken. Spring, spring, ducken, 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 ¿ Dat sylige? Ok, whic post va gracias? Ich hab mal... ich probier mal was, ja? Ich hab mal probiert. Okay, du hast mal probiert. Ich hab mal probiert. So, bereit, Leute? Jawohl. Geil. Hallo Sven. Hallo Sven. Ich hab den Boss doch eingestellt. Du kannst bei dem Boss sagen, auf wen die gehen sollen. Krass. Das wär geil, wenn man das machen könnte. Dann hätte ich drei Boss eingestellt. Jeder hat seinen eigenen Gegner. Oh nöö! Irgendwann können ich nochmal... Leertasse. Aha! Jawohl Sven hat auch eins. Geil! Ich hab 8... ich bin krass. Vielleicht kommt der Stripper Donnie. Im Hilly-Billy. LOL! Die Zombies gab es aber vom vorhen. Du weißt es nicht? Naja, die Zombie gab es vorher. Waffenversteck? Hütte dich vor dem Hillybilly. Der Hillybilly. Der hatte so ne Maske vergessen, deswegen ist er so wütend. Aber Klubspiel ist schon geil. So, und ich werfe... Einer 6. Die Frage, wo ist denn der Ding? Warte mal, wie geh ich auf das ganze Minut? Also, dass mir die ganze Map angezeigt wird? Müsstest du ja ne gute Auswahl haben. Ah ne, stimmt, das kann man ja nur am Anfang belasten. Na stimmt. Ach so, what the fuck? Ok, krass. Leute, warum haben wir eigentlich erst so große Köpfe? Habe ich eingestellt, Modifikation... Toren habe ich eingestellt, große Köpfe. Also... Ich fand das irgendwie witzig. Ja geil vor Sven, meine 1 war besser. Ha! So, wo ist denn das Ding? Jetzt kann David ja mitkommen. Bestimmt beim Killer, wa? Ach da. Ja, der fahrt nicht so weit weg. Der Heli-Beli ist ja näher dran. Äh, nicht der Heli-Beli, der Schäupte ohne. Ok. Also du kannst sehr viel mittlerweile einstellen. Blutbeacht, ich weiß nicht, noch so ein paar Sachen. Also, man könnte theoretisch beim nächsten Mal noch ein paar Sachen testen. Jack! Ich hab dich nie gemocht. Ich weiß wieder warum. Jack ist cool. Ne. Sam ist mir das Respekt. Ne, der trägt ne Maske, der ist gut. Ne. Ne. Weil so ein Drehkack gar keine Maske ist. So, jetzt kommt unsere Waifu hier. So, easy peasy foo. It's a Barbie girl. It's a Barbie world. Life isn't plastic. It's fantastic. Ich kenne das mal. Hey, Jack ist schon krass. Ja. Oh, er ist so unterwegs. Tequila. Ja, Sam hat schon große Augen bekommen. Oh, nee. Oh, nee. Lea ist die Lea-Taste. Krass, das kann ich mir merken. Ja. Man könnte, ich hätte auch das Spiel rausnehmen können oder so. Aber ich dachte mir, alle. Sonst ist ja doof. Komm, ich bin ready. So, das ist eine Brücke. Ich habe aber nur mal Schwarz, ne? Wie deine Seele, Sven. Sven! Yannick! Haters! Gonna hate! Ey! Pink! Wer oben ist, gewinnt einfach. David, nein! Nein! Wer oben ist, gewinnt! Komm, Heidi! Komm her! Komm her! Komm her! Sven! Nein! Invade! Das ist ein Boxer. Wir haben alle Akkrete. Das ist ein Boxer. Das haben wir auch schon. Bo, was ist das? Das ist ja eigentlich Meter, wenn ich da jetzt nicht stehen würde. Gibt es eigenen Schaden? Weiß man das? Ich glaube wohl. Ja, das gibt's. Kannst du selber betonen. Okay. Yannick geht über die Straße. Das ist... Da ist der Bus. Ja, nur wenn er mit... Der Bus ist kein Problem. Aber wenn ich die Arme vom Killer laufe, ich drehe lieber eine Erdenrunde. Mach dir das. Da hat er Angst vor dem Killer. Ja, hab ich auch. Da kann ich lieber eine Erdenrunde drehen. Wenn der Trappertoni mich am Haken hängt und was? Er tut nichts. Ist netter. David? Wir haben gerade so angefangen. Wir sind Runde 2. Aber so viele Runden gibt's nicht. Wir fangen alle aufs Verwenden. Du bist doch so ein Stück Kot, ne? Ah, Sven. Sven muss man abkommen. Wir haben gerade erst angefangen. Musst du abkommen, Sven? Ja, aber... Sven mach sofort und irgendeiner hier Krieg. Das ist fies. Ne, das ist GONOBIERI. Weißt du, anstatt auf seinen Erzrieber ein Bot Sam zu gehen? Nein. Ne. Auch noch Jack weg, wenn er dir nicht will. Ja, Sven. Ja, Sven. Ne, einfällst du auf? Na, was machst du jetzt? Ich bin safe. Ja. Eigentlich im Verlauf. Oh, Sveni. Mach mal Platz, Sveni. Ja. Na, hau rein, Sam. Sam. Sam verpiste. Ich wusste halt nur nicht. Sam, Sam, der kommt da. Der kommt doch, Sammy. Der kann aber jetzt nur nach links laufen, oder? Weiß ich nicht. Theoretisch kann er ja nichts auf uns zeigen. Oh, neues Game. Warte mal. Hold. Direction. Warte mal, was so dick ist. Selfish Stride. Okay. Das ist schon mal cool. Ah, okay. Ne, soll ich's erklären? Ja. Ja. Okay. Es geht darum, ob man selbstsüchtig ist oder nicht. Da sind mehrere Brücken und Türme. Und wenn mehr als ein Spiel auf eine Brücke geht, bricht das zusammen. Die Brücke. Ah, okay. Ja, ich verstehe. Wie genau das jetzt abläuft, sehen wir jetzt. Das heißt, wenn man versucht, den Schatz zu bekommen, ist man selbstsüchtig. Mhm. Deswegen, wenn du... Keine Punkte oder viele? Warte mal, wie entscheidet man sich denn? Ich hab... Keine Ahnung. Hä? Ich bin auch verwirrt. Ja, ich glaub mit der Richtung irgendwie. Wahrscheinlich musst du antippen. Und dann log in. Ich hab mal so gemacht jetzt. Mal gucken, ob das jetzt so ist, wie ich gedacht hab. Ja. Oh, nee! Janine! Schon mal nicht letzter. Aber das ist auch irgendwie cool. Bin ich ehrlich? Okay, ich hab eingelacht. Ich hab keine Ahnung, wie... Hä? 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 Also, ich hab jetzt nach oben gedrückt. Ich hab nach oben gedrückt! Hä? Hä? Scheint ja nicht. Hast du auch log in gemacht? Ja! Also, wenn... Bei mir klappt das. Bei dir auch, Sven? Bei mir auch. Okay. So, ich hab jetzt einfach nach oben gedrückt. So, und jetzt damit ich jetzt weiterbleibe. So. Ich geh die ganze Zeit nach rechts. Ich drück nach oben. Aber der geht die ganze Zeit nach rechts. Das Spiel ist scheiße. Womit hast du denn nach rechts gedrückt? Ja? Ich hab einfach nach oben. Ich hab nicht nach links oder rechts gedrückt. Einfach nach oben. Was? Hast du, wenn ich mitgenommen schalte? Zum Glück ins Teil. Aber? Ja, der holt sich's jetzt. Und Jack gewinnt hier. Hä? 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 Wo ist denn der Nächste? Haha! Ich bin noch... Na! Obwohl, ist die ganze Kacke. Das ist ja richtig scheiße für mich. Naja, aber egal. Hä? 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 Lass dich ja schrecken, Jun. Hä? Hä? Achso, ich bin im Zug. Hä? 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 Sven. Ey, Anik. Du kannst in einem Zug hinkommen. Ja. Aber. Aber. Ich habe eine Mission. Nice. Sven wegmachen. Svenny, Svenny, Svenny. Svenny, Svenny. Svenny, Svenny. Svenny, Svenny. Svenny, go, no power. Svenny. Beide weggerauen. Ich wollte den Schlüssel holen. Du kannst dazu Sam dir den Schlüssel absnacken. Weißt du? Aha. Sven. Wir dürfen vielleicht kein Pummelparty spielen. Nein, das heißt. Ja, Janik hat's. War ein gutes Ding. Janik und es. Hab ich gut eingestellt. Wer kriegt ihr jetzt geschenkt? Dein Ernst, in diesem Scheiß-Game bin ich. Ich weiß nicht, wenn ich wieder das brauche oder dahin sah. Ja, dieses Kack-Game, man. Ich weiß nicht. Hä? 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 Da hat er grad nicht wieviel große Augen bekommen. Der bekommt glaub ich gleich auch mal große Augen. Also die Heilung hätte ich schon mitgenommen. Tschüss Sven. Hazard. Ey Sven, gar keine dumme Ausgangsposition. Oh god. Das gewinn ich. Ich oder Sven gewinnen das. Gibt's Zielen? Gibt's Zielen. Ja die Richtung. Ja welche Richtung du guckst. Immer an der Seite entlang. Ich bin ein Powerpuff Girl. Könnte mal weggehen. Könnte mal weggehen. Oh oh. Polizei. Ah ja die Sven ist halt echt ein Powerpuff Girl. Nein. Achso. Lol. Nein. Ich wusste gar nicht dass das geht. Dass man die Kamera nach oben gucken kann. Lol. Oh mein Gott abgelackt. Oh mein Gott Pech gehabt. Oh mein Gott Pech gehabt. Ey. Haben die das gepatcht, dass das krasser ist? Ich komm da nicht hoch man. Panzer. Ah. Taxi. Panzer. Taxi. Panzer. Taxi. Oh. Scheiße. Nein. Sven. Gg. Polizei Auto. Gg Sven. Polizei Auto. Taxi. Polizei Auto. Poli. Ich bin ein Powerpuff Girl. Nein. Taxi. Naja wird nichts mehr. Naja. Gg Sven. Ey. Ich mein Spiel was ich kann. Boah. Ohne Auvergine. Einfach durchgelackt. Ich spür den Salz schon. Ich spür den Salz. Sven nein. Sven nein. Sven nein. Sven sei ne gute Nudel. Sei ne gute Nudel. Sei ne gute Nudel. Du hast nur noch 15 Sekunden dich zu entscheiden. Sven nein. Nein. Gute Nudeln werden belohnt. Wer seht das denn? Abrisshaken. Ich bin gut. Gib mir das zu Recht. Ah. Weiß schon an wen. Ah. Nicht an Janel. Ja du. Ich hab ein anderes vor. Oh. 10. Wild. Und nicht an mir. Hezi Boy. Wart geht ab Brudi. Geh mal nicht in die Richtung würde ich gehen. Was geht ab Brudi? Gute Runde. Gute Runde. Ich bin am Arsch der Welt. Ich hol mir den hier. Wie kann man so lang Schluck aufhaben? Geil. Geil. Noch ein Geschenk. Geil Bienen. Na schon wild. Das ist auch einer? Ja. Gib dir mal zwei. Ah stimmt ja. Ja. Nicht genug Schüsse, oder? Ne. Was? Ja Sammy auch nicht. Sammy das auch. Ich kann gerade so kaufen. Hm. Achja. Stimmt. Du hast gezeigt. Ich bin ein Kaktus. Ich bin ein Kaktus. Ich darf er zweimal wohl hauen. Ne. Ich weiß nicht. Welches Spiel? Oh ne. Ne das kann. Geh geht ab. Oh ne. Okay. Ja da hab ich gewonnen. Aber das ist ein bisschen belastend. GG. Warte. Äh. Okay. Theoretisch. Weiß nicht. Kann man springen? Nein. Lifetest. Janik kann ich ja. Ich bin zu weit. Okay. Belastend. Zu weit. Svenne! Zu weit. Der... Ich gewinn das. Nee, die ersten zwei Plätze sind doch schon vergeht. Ja, du, ich komm hier aber auch gar nicht mehr weg, glaub ich. Nee, ich komm hier gar nicht mehr weg. Nee, es ist ne Scheiß-Runde. Ich würde Sven hier debaten. Scheiße. Irgendwie muss ich mir das doch merken, oder? Sven! Aber da war das Ende, Mann. Hater! Haters gonna be Hates! Ja, ihr habt gewonnen. Nein! Nee! Ich hasse mein Leben. Nein! Ich hab euch zu viel. Ja, nee, bleib stehen! Okay. Ja, bleib stehen. Nee, bleib doch stehen! Mann, ey, ich will doch zumindest weiterkommen, mal. Na? Null Punkte. Null Punkte. Mann, null Punkte. Bleh! Wieso kriegst du Sven? Ja, aber Sven bekommt ne... Wir sind alle dritter und Sven wird belohnt. Was ist das denn? Absoluter. 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 Absoluter Rotz. Im formeller Protest. Natürlich! Formeller Protest. Das hat sich gelohnt, Sam. Krass. Ja, hat sich auch. Der holt sich den jetzt. Der hat nicht genug Schlüsse. Was? Der guckst doch auch so nach unten, ey. Der guckst doch auch so nach unten, ey. Ja, der guckst doch... Gib mir deine Schlüsse! Nee! Jack! Jack gefiedelt! Jack läuft weg! Ehre! Oh Gott! Ja, Jack kann nicht nochmal kaufen. Das ist das Problem. Ah, okay. Das Problem. Was ist das? Das war übrigens gestern im Valorant. Sehr, sehr lustig. Long, ich komm bald. Irgendwann. Ah, ich find's echt kompliziert. 24 Jahre. Ich hab schon gesagt, das ist nicht dein Spiel. Ich hab das gestern gemerkt. Dass du das reinkommen bist, ist ein bisschen schwierig. Lohnt sich nicht. Oh, wie toll! Das geht? Leid. Ja, mach weg. Nee. Doch, dann kommt der neue, dann kommt der neue, by the way. Der Tod ist, glaube ich, ne? Ja, bei der Tod ist, kommt der neu. Ja, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Ich will jetzt mal den schnellsten Weg. Sicher nach rechts. Sicher nach rechts. Ich möchte das immer noch deine Sache haben. Noch ne Schrotflinte! Noch ne Schrotflinte! Noch ne Schrotflinte! Fütter den doch noch mehr! Mit Schrotflinte! Wenn! Ja! Janik weiß, wie gut ich zählen kann in dieses Spiel. Das ist gar nicht so schwer. Da! Janik macht's vor. Ja, aber Schrotflinte ist was anderes. Ja, Schrotflinte musst du auch direkt vor dem Schrotflinte. Jawohl! Selbst einfach. Ey, Janik lackert wieder rein. Hab ich's eingestellt. Janik 10, wenn du mal eins. Was? Was? Na ja, was wenn kommt vor mir dran? Deswegen geh ich nach unten. Langsam, ja. Ja, du sollst dann mal. Nein! Ja. Ja. Nein! Janik, das war, das war ein großer Fehler. Ich hab noch ne Runde. Noch ne 10 und ich bin weg. Das ist easy. Äh, die wackelnden Steine muss man da facken. Du musst auf den festen bleiben, ja. Easy Snack. Okay, klasse. Alter, ich weiß, was ist mein Bestes. Kann man hier springen? Warte mal, welcher bin ich? Der! Nein! Oh, nein! Sorry, bei der Schrotflinte. Ich kann die scheiß Farben nicht sicher erkennen. Wir haben Rot, Pink und Lila, ja. Ja, wegen dieser Lava hab ich's nicht erkannt. Ich weiß nicht, ich weiß, in Sicherheit bin wir runtergelaufen. Aber, ne. Ja, Janik hat, Janik gewinnt. Oder auch nicht. Ich dachte, du springst so weit, scheiße. Ja, das fand ich auch Janik, genau dasselbe. Oh Gott! Die Bots. Die Bots gewinnen das Spiel auch noch. Glauben. Also Sam nicht. Also ich weiß jetzt schon, ich werde kein Pokal. Jawohl, gegeneinander! Ehre. Sam, Ehrenmann. Wie groß ich mach den? Jack ist ein Ehrenmann. Sam ist ein Spar. Sam rettet mich. Sam ist trotzdem Spar. Nein! Böser Sam. Was ist das? Medikit. Kann er sich wieder vorhören. Medikit. Kann er sich wieder vorhören. Kann er sich wieder vorhören. Was meint ihr? Ist er drin? Denke schon. Ich dachte... Hä? Ich dachte... Hä? Ich dachte, ich hätte einen Boxhanschuh. Ja, RIP! Ja! Jetzt ist er wütend. Nee. Ja! Oh! Oh Gott! Jawohl! Kannst du den wohl mit einer Rakete mitnehmen? Nee, weil er nicht auf dem Feld steht. Aha. Der Hater. Ja, musst du passen. Was? Hab ich noch vorhin? Jawohl! Aber jetzt zum Beispiel im Valor und gestern fand ich das mit dem random ganz geil. Ja. War echt witzig. Ich hab für dich übrigens mal geglaubt. Soll ich das machen? Mal gucken, wie Faddy morgen sagt. Ja, war eine schlechte Idee, euch mitzunehmen. Aber ich verstehe, warum Faddy uns nie gefragt hat. Ja, okay. Das war ne. Ja, tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich Schokolade habe. Ja, wir sind vor allem so langsam. Weiß ich nicht, du komisch. Sag mir kurz, soll ich auf Schrecken gehen? Entschuldige. Nein, der ist doch! Mann! Geh weg, komisches Vieh! Ich bin nicht... Nein! Hässard, nicht klauen! Hässard, nicht klauen! Hässard, nicht klauen! Hat geklappt. Oh ne, der bin scheiße drin! Der bin scheiße drin. Ja, GG. Äh, Sven. Ich kann's auch nicht. Warte aber. Ja, ich kann das Spiel auch nicht. Okay, das ist... Okay, alles klar. Mhm. Ein Stand. Ja, ich kann das Spiel auch nicht. Ich kann das nicht so krass. Weiß ich kann doch... Ich dachte auch so... Das könnte auch ein Bot-Spiel sein. Das ist halt schwierig. Ich glaube, bei diesem Movement gehen können die nichts. Wie er ist die nicht rollende Wand. Ich auch nicht. Ich weiß gar nicht. Welche Tasten waren die Rollen? Ähm, die... Die Seitentasten. Pfeiltasten. Ja, wie sag ich die noch drüben? Du hast doch noch... Du hast noch einen Finger, Sven. Äh, ne Hand. Ja, ich brauche meine Maus. Vor allem. Ich brauche... Ich brauche meine Maus. David! Ah ne, das ist Sven! Sven ist der erste und meckert hier rum, dass er auch nicht kann. Aber Rollen mache ich halt gar nicht, damit ich nicht noch mehr in Fridulier komme mit der Steuerung. Nein! Sven hat es dir geschenkt. Aber richtig rein. Jawohl. Mach den Löwen, ey. Topedo Flug. Sven, bleib weg. Ja, ich hole euch nicht mehr ein, ne? Uuuuuh, wammt! Ihr habt gewonnen, by the way. Ich kann euch nicht mehr einholen. Also, Sven vielleicht noch. Dann macht er aktuell Faxe. Ich spawne und schlitz ab. Oh! Man muss dann... Man muss noch eine Runde drehen, oh mein Gott! Achso, wie weit... Einfach unendlich weit, okay. Wann ist das denn? Wie du bist das Spawnsystem denn? Du Spawnsystem stützt gleich ab. Wie ist denn dieses blöde Flugsystem, Alter? Ja, das ist wirklich... Das ist so... Ich weiß nicht. Hat da ein Kind in der Entwicklung gesessen, oder was? Alter, mein Füße. Warte... Alter, ich hätte erster werden können. Aber nein, ich muss ja fünfmal abstützen. Also theoretisch schon, wenn du halt den Deck wieder zuhörst. Das muss aber dann wieder ich machen. Stell Würfel, bevor David da zieht. Ja, ist gut. Ist schon okay. Okay. Die meisten Minispiele fühlen sich anders, als dass sie irgendein kleines Kind entwickelt. Ja, die Steuerungen von jedem Spiel sind wie anders. Das hätte jeder mal ein Spiel machen dürfen, oder so. Zwei Mal Schlüsse gibst du. Ehrenrunde. Jawohl! Wow! Dadurch Rache. Aber hast du gesehen Sven, so musst du zielen gleich. Mhm. Das ist easy. Der guckt mich böse an. Okay, alles gut. Kann Sven einen ganz runden Schluck aufhaben. Wir werden jetzt aufhaben. Wie diese Felder, ne? Oh, scheiße. Seitdem wir das erste Mal gespielt haben. Jawohl! Jetzt krieg ich auch eine Null, pass auf. Du hast ja gerade eben schon eine. Da ist doch ein fairer und fairer. David! Ja! Nice! Nice! Ich hab doch noch einen Pokal bekommen. Ja! Über Sven. Das ist wichtig. Du bist der einzige, der jetzt in der Lage wäre, einen zu kaufen. Oh, wild. Läuft immer noch zu mir, ne? Da, dreht er um. Na! Gut, dass er nie so weit läuft. Dann dreht er um. Oh, nee. Was? Oh, Adventure Map in random. Der Doppelgap ist so random, finde ich. Hm. Dafür habe ich das Timing einfach nicht. Das ist einfach so, naja. Mal einfach probieren. Wo bin ich denn? Ich bin ganz hinten. Das ist schön. Du bist ganz schön rechts, ja. Ganz schön unpraktisch. Da soll ein fairer. Ich muss lachen. Yo, das ist ganz schön unbraktisch. Ey, wo bin ich denn? Ach, ich bin tot, weil ich kein Leben mehr hab. Ja. Sven! Legenden besagt. Nein! Ich leb noch! Nicht mehr. Ich bin tot. Sven! Nein! Was? Das ist ein Bot-Game. Ich weiß gar nicht, dass die Entwickler... Ich mein, das ist ganz witzig, wenn die nicht so schnell wären. Die hätten nur die Geschwindigkeit um die Hälfte drosseln müssen. Schriftlinsel! Nice! Dann ist das Spiel auch witzig. Hm. Was ist, was du meinst? Und? Er benutzt es wieder? Hat wieder Glück? Ah, ne. Von, von benutzt er es als 16 Stück. Höchster Spiel, ich hab grad Bot am Arsch. Du machst dich dein Leben selber schwer dadurch. Ja, Jack holt sich jetzt einen Punkt. Nee. Doch, pass auf. Ich krieg nie Felder, wirklich. Ich krieg halt keine Schlüssel, weil ich keine Felder hab. Ja, ne, ich schieß ihn ab. Ich seh ihn leider dafür nicht gut genug. Meinst ihr, das ist drin, oder? Ja, das ist drin, das ist drin. Ich bin gestoppt. Entweder ist er Shotgun immun, oder, oder... Naja, der war daneben. Janik ist am Anfang. Ich hab ne Ehrenrunde gedreht. Komm, 0 Sven. Mach noch ne 0. Ich glaub an dich. Na, so ist er glaub ich auch nicht an dich. Ja, okay. Ja, okay. Warte mal. Svenny! Svenny! Oh! Jetzt bin ich unter Sven, das ist schlecht. Ja! Ja! Aber ich hab keine Schlüssel! Ich hab keine Schlüssel! Ich hab keine Schlüssel! Ich muss jetzt zu Null wirken! Oh, nee, Sven! Kacktokos! Geil! Ich hab halt keinen Schlüssel! Geil! Geil! Wie lange das ist? Das ist echt nicht schlecht. Wie lange ist denn normal? Weiß ich nicht! Ich hab das noch nie so lange gehabt wie du auf jeden Fall. David verbreitet wieder Hass. David! David! Jawoll! Okay, Botjack. Okay, Botjack erledigen, bevor der Sachen macht. Schlüssel. Ja, nee, der hat Bock auf dich! Der läuft nur mir hinterher! Der hat richtig Bock auf dich! Ich muss dann mal weg! Deiner Teleport? Oh Gott, das Spiel! Oh, nee! Da muss man ja leertasten! Oh, Mann! Nee! Okay! Und leertasten! Und dann noch die Namen! Da steht ein Wort und dann musst du buchstabieren! Oh, das ist so belastend! Und wenn du auf die Tasten drückst! Wild! Welches Wort haben wir dann als erstes? H! Wo steh ich drauf? N! Nudel! Warte mal, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Da unten! Nudel! Ähm... Wo ist denn hier ein O? Wo ist denn hier ein B? Ah... B... B... Gibt's denn B? Oh... Nee... Ja, nee... Du bist viel zu schnell! Wie kann das denn sein? Vor allem werde ich gesch... Hey! Ich bin raus! Ich bin sowas und raus! Ich bin viel zu langsam dafür! Wo ist hier der? Ich hab keine Ahnung! Nein! D... 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 Du bist nicht mein großer Feind! Achso! Jack ist der Grus! Ja, der ist am nächsten bei mir dran! Ich bin weg von Hazard! D... Du bist nicht weggekommen? Ne! D... Ich hab trotzdem nicht genügend Schlüssel! Deswegen! Hab ich dich auch nicht weg genommen! jetzt ganz ehrlich du bist so weit weg wenn alles gut da wollen wir gucken heute weg bis ein feind gefunden du legst doch bei damit wohl nur dass du zu ihm kommst es wird nicht gehen muss mit lehrtaste machen ich habe noch 15 leben egal egal wie weit damit flog ist er kommt sein wird geht zu hazzard da freut sich ich hab trotzdem nicht genügend schluss das belasten bist du das opfer wenn schon kriegt dann richtig der krieg jetzt allerdings auch die packung da kommt die rache jawohl plan hat geklappt tschüss bojack horse man gutes spiel na scheiße das ist das ist cool das ist okay ja aber einmal neben hüpfeln war es das schon wo bin ich denn ehrlich das müssen wir einfach meinen hut merken ich bin einfach so jetzt wird schwierig für mich motorisch gesehen ja oh nein ja oh nein oh ja das wars ey oh knappes ding ey wild haut rein ey das wars für mich NEIN doch ich bin raus ich habe Angst zu weit zu springen perfekter run bis jetzt let go so weit verdammt ja ich bin raus boah speedrun geil ja jetzt ich schaffs nicht mehr wahrscheinlich nur zweiter geiler geiler ja letzter belastend ey ich krieg kein spiel auf die reihe wir wollen sonst wo ätzen zwei schlüssel mehr krieg ich nicht ne 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 doch ich ich schaffs ja lieber mehr ich krieg keinen zweiten plakal auf jeden Fall kannst du dich leisten dänke sven oni so glücker ab Ohhhh ok das haben wir abgeleitet jawohl sven Hau rein. Ja, hier können die... Ja, hörst du mich nicht, ich hier mitgenommen hast. Ja, gerne. Ja, weil ich zum Taxifahrer gesagt habe, jetzt halt mal. Bitten auf der Straße. Direkt bei der Satt. Diener traust dich rein. Hey, David. Ach nee, doch nicht. Erheilung ist richtig. Nee, ich krieg keine. Du, das Spiel mag mich nicht. Komm, pack die Kiste aus. Ist das für mich oder was? Ach Sven, es sind doch nur 10 Schaden. Geht das hier nicht, ne? Ich finde schön, dass ihr euch befunden habt und ich außen vor bin. Oh, Svenny. Oh, nice. Also komm Sven, lauf doch mal in. Sven, ich habe dich noch nicht getötet. Du, jetzt sind wir es bequem, ja? Sag mal so. Aber Sam tut mir auch leid. Der stimmt jetzt am meisten davor und hat am meisten nicht mitgenommen. Also ich würde David jetzt Wackenstillstand anbieten. Dann gehen wir jetzt auf Yannick. Ja, ich fahre jetzt eigentlich für Sam oder hier Jack, weil... Nee, ich bin jetzt für Yannick, weil Yannick könnte zu gefährlich werden. Du hast drei Pokale. Nee, das ist nicht gefährlich. Aber ich sage immer Hauptsache vom Bot, ne? Nee, sag ich nicht. Weil die Bot zu verlieren ist immer ganz scheiße, finde ich. Ich sage... Nee, das ist zu weit weg. Aber das bleibt. Aha. Aber merke ich mir doch. Ich unterstütze das nicht, ne? Nein, was? Nein, okay, Deutsch. Gut, dass du bei mir bleibst. Verlöblich. Da läuft es doch echt nicht weit. Schau, dass man das nicht einstellen kann. Nur das Karma hat mich sowieso schon gesehen. Oh, nee. Ja, einer ist der Böse und die anderen müssen sich verstecken. Warum ist ein Haiangriff mit Kuh? Hätte man das nicht auf der Ertaste liegen können? Ist doch direkt neben W. Ja, ich finde es gut. Oh Mann, ich will nicht der Hai sein. Wer ist der Hai? Lass mich einfach normal sein. Der Hai? Jawohl! Der Hai? Ich weiß nicht, ob ich der Hai bin. Nee, Bot Sam ist das. Ich bin ehrlich, das könnt ihr so ein Spiel sein, wo der Bot wieder krass drin ist. Sieht aber nicht an oder was? Versteck dich und weg geht in deine Position. Ja, wir müssen die Fanbedingungen sammeln. Teamspiel. Den macht das, Leute. Okay. Gut, dass wir Teamwork machen können jetzt. Easy, snap. Ich hole die. Okay. Die wollte ich eigentlich holen. Okay. Ich gehe nach oben. Und guck mal, ob die da... Okay. Bin weiter weg. Ich bin direkt dran. Okay, ich bleibe oben. Okay, ich habe fast meine Position verloren. Okay. Okay, war knapp. Bin dran. Easy, snack. Helikopter. Easy, snack. Nein! Oh, er will gerade... Nein! Sven, hier raus. Jawohl! Sven, hier raus. Sven, hier raus. Sven, hier raus. Sven, hier raus. Jawohl! Selbst in dem Team. Selbst in dem Team. Sven, hier raus. Gernig! Ich nehme alles zurück. Tschüss. Der Jack! Der hat's gemacht! Der Jack, der hat dich getötet. David, du tust mir leid. So viele Neuen. Ich tue mir auch leid. Ich habe einen Pokal. Ich bekomme keine Mehreren. Ich bekomme keine Schlüssel. Ich bekomme keine Zahlen gewürfelt. Ich werde von allen anvisiert. Nur weil ich das Spiel ein bisschen... Ja, jetzt werde ich sterben. Ja, in der Position kommst du... Bist du nicht weit gekommen. Ich bring dich näher ran. Hi! Jetzt könnt ihr mal wieder reden. Lass mich näher. Direkt vor mir ist einer. Geil. Schlüssel oder Schlüssel? Jawohl. Schlüssel. Krass. Schlüssel. 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 Sehr lustig. Dann wär' wild. Vier Stück auf einem Posi. Oh, das Player. Schwende. Es ist am Zug. Das ist nicht dein scheiß Ernst. Sven hier getroffen! Einfach das Prinzip. Böser Heather. Jetzt geht er schon wieder auf mich. Nächste Runde Auvergine auf Heather, ich bin ernst. Geil ausweichen kann ich. Sag der und bin letzter. Nicht mal das kriege ich dann, pass auf. Muss man sich nicht einfach in irgendeine Ecke stellen? Nee, glaube ich nicht. Let's try. Ja. Die Kugel wechselt immer. Haha, Bot Sam. Der Bot. Der eh letzter. Irgendwann mal kommen zwei oder drei wahrscheinlich. Oh, vier. Vier. Oh, oh Gott. Oh, oh. 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 Genau die Kanone gecrushed. Mal 44. Scheiße. Oh, das. Die Regel, ne? David gegen Sven, das Endgame. Oh nein! David! David hat gewonnen, du. Nice. Rackete! Der hat gleich mal ne Rackete in den Kopf. Geil. Oh nee! Ben, du weißt, was das heißt. Oh nein! Ey, du, du, ne? Also ich bin schon ein Schluckelchen, ne? Aber... Ich bin ein Schluckelchen. Ich muss, ich muss jetzt erstmal hier was benutzen. Ja, den will ich auch erstmal benutzen. Oh, Boxhandschuhe auch. Oh, wild. Und du hast ihn ja komplett abgezogen. Und David ist, David schon ein Zweiter. Echt? Echt? Ich verkeh. Weißt du kaum, holst den Schlüssel. Und gleich so ist Sven wieder ein Zweiter. Sven kriegt ne Null. Nee, meine Davids. Sven kriegt ne Null. Yeah! Oh, scheiße. Er kriegt seinen eigenen. Hazard, nein! Hazard? Nein! Böser Hazard. Alter, bei uns hat's gerade geklingelt. Bam! Alter. LoL! Der, der, der ist... Ne Null. Meine erste Null. Ich wollte schon jemanden mit ne Null haben. Stell dir vor, je mehr Schaden man ihn macht, desto mehr weiter kann er laufen. Ja, das wär geil. Hab ich mir vorhin auch gedacht. Wieso springen sie immer da rein, wenn sie nichts haben? Wo ist der IQ geblieben? Er will den Schlüssel haben, oder? Ja, jetzt krieg ich ja nicht. Aber Sam ist der der Gönsch. Er guckt jetzt traurig rein. Dann... Noch ne Runde. Dankeschön. Okay, Ladies. Schlüssel. Du hast ne gute Posi bisher. Die pinke Stelle hat viele Punkte gebracht bisher. Ja, mir nicht. Was? Aha. Okay, dann... Der ist näher dran! Du hast ihn angegriffen. Du hast ihn einfach nicht rellen lassen. Der Hater! Jawohl! Das ist... Das beste Spiel im ganzen Game! Ich kann das nicht. Das beste Spiel im ganzen Game. Ich kann das unter Umständen. Okay. Üben. Verzögerung. Ja. Drück. 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 Okay, dann war's. Zack! Ah nein, das ist Ducken. Springen. Spring, spring, ducken, ducken, ducken... Ducken, 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 ducken... cker, ducken, ducken... Genau. Einde communities�. Ich kann das mit dem Controller besser. Ich auch. Jenny, tschüss. Das sind doch einfach Controller-Games. Äh, Bot-Games. Ja, weil der Computer auch halt besser ist. Aber irgendwann macht der auch Fehler. Fünf Sekunden vor Ende. Aaaaah. Der kriegt jetzt dritter Mix. Fricherheit. Er sagt nein. Ja, Bot, Sam, komm mal näher. Du willst nach unten. Nimm das Portal. Okay, schade. Sam holt sich jetzt hin. Das ist doch Müll. Jeder hat mindestens einen Pokal. Das ist schon cool. Naja, das ist Müll, weil du hast drei. Ich find das gut. Ja, aber du gehst hundertprozentig. Nein, es gibt ja auch mehr Bonis am Ende. Hab ich eingestellt. Doch. Die Mario, äh, die Mario-Party-Dinge am Ende. Ich... NICHT! Jawohl! Ich wollte eigentlich ganz laut Kill nehmen. Ja, gut, dann nicht. Sam hat einfach aufgegeben, weißt du? Sam hat einfach aufgegeben. Das war nicht Sam, das war Jack, by the way. Ja, NICHT! Nein, tu ich nicht. Du bist noch einmal weg. Was hab ich denn sonst noch? Ja, okay. Wollt ihr wissen, was ich hab? Alles gut. Ich dachte, ihr beide steht nebeneinander. Bin ich ehrlich. David, nein. Schön. Guten Flug. Hat er nicht mehr genommen? Nee, soll ich auch dann nehmen. Nee. Doch, ja, nein. Nein. Jetzt geh ich noch runter. Und zwar diese Richtung. Werde wieder von einem Zombie attackiert, wenn ich mich nicht verrechne. Nee. Nein. Wird nicht geil. Klingt sehr groß. Finde ich aber... Ich finde es aber schön, wie knapp das zwischen euch beiden gerade ist. Einen Schlüssel. Nimm Geschenk. Nimm Geschenk. Nimm Geschenk. Traum mir. Das ist ne 50-50 Sache. Ja, nimm Geschenk. Nimm Geschenk. Nimm Geschenk. Na komm. Minigame aussuchen? Was willst du? Minigame aussuchen. Uh. Chronic Clown ist doch geil. Na dann hast du Sven hier aussuchen. Sollte er auswählen. Oder noch Schoenschläger. Schoenschläger. Schoenschläger ist geil. Was hat Sven hier genommen? Einen schönen Shooter hier. Einen schönen Shooter. Schoen. Jawohl. Aber bin ich mit eingestanden, wenn wir dann noch Handschuhen. Geil. Trainier mal schon mal ein bisschen. Dankeschön. Alles für Janik. Alles für Janik. Ey! Was ist das denn? Der hat doch recht. Der hasst mich nicht. Janik. Der hat vor kaum nichts. Bot. Der Bot wollte dafür nur zeigen, wie sehr Hazard mich jetzt hasst. Das finde ich frech. Oder. Ne. Stimmt. Der ging glaube ich immer auf den ersten. Ich starte neben Janik. Ist das dein Ernst? David. Der geht natürlich zu mir, weil ich der Erste bin. Der ging immer auf den ersten. So war das bei dem. Hau rein. Ja. Janik. Nein. Doch. Ich finde gut, dass du... Nein. Nein, Jack! Nein, mein... Nein! David, ich habe keine Waffe. Ich habe eh... Ich habe eh... Ich auch nicht. Ich habe es noch 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 nicht. Du schießt einen wehrlose Altmann an. Du bist ein Weihfuß, Sven. Sam! Ne. Sam! David... Sven, nein! Ohne Shotgun. Sven, nein! Okay, Sven ist nicht da. Oh Gott. Ich habe die. Oh Gott, daneben geschlossen. Hast du Glück gehabt, David? Aber ich komme wieder. Ja! Es gibt so viele Shotguns in diesem Spiel. Nein, nein. Ohohohohoho. Aha! Janik? Ich habe daneben geschossen. Tschüss Janik. Tschüss. So. Muscle? Haha! Chuckie! Aha! Ihr habt daneben geschossen. Lol! Der Boxhemden, der hat... Hä? Janik! Nein! Oh, noch zweiter! Bei zweit, zweit. Bei zweit, zweit. Dreh die Addiction, gib mir jetzt den Schuss ab. Ja, Siggi. Wie in Hand. Ach komm, ist er jetzt... Ist er jetzt so ein Ding geworden? Einmal reinbumsen? Ich werde mitgenommen. Nein, werde ich nicht. Ja, das ist wie hier abgelackt, die beiden in dem Bereich. Oh, da muss Sam aber auch wehtun. Nein, ich nicht, aber... Boah! Wild. Boah! Zehn Scheine. Ja, aber ich... Ich krieg jetzt auf jeden Fall ein Ding. Denke ich. Geh ich davon aus. Du bist auch ein Zehn Nummer eins, Jack. Mann, Mann, Mann. Okay. So, Janik. Ja? Aha. Mach mal. Mach mal. Neu-Schritte. Was ist das? Du erholst mich sogar noch ganz knapp. Ne, du kriegst zehn Schaden, ne? Da kriegst du zehn Schaden, ja. Links kriegst du Schlüssel. Du hast schon drei Pokale, also... Der Sieg steht dir sowieso schon sicher. Ne. 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 Ne, doch. Ich sag, du gewinnst. Geh nach rechts. Allein wegen meister Schüsse. Hm. Okay. Oh. Ja. So. Darf ich noch weiter? Okay. So wie. Geht da lang. Ich hab vielleicht gesehen, was du bekommen hast. Medi-Kid. Ich hab's auch nicht gesehen. Ich glaub Medi-Kid oder sowas. Ja. Boah, ich dachte, es wird enttauscht. Okay. Ich hab's auch gedacht. Links oder rechts? Zwei Verteidiger von seinen Treppchen, weißt du? Oh, Janik. Der geht halt... Ja, ja, bleib stehen. Bus. Wo bleibst du? Oh, nee. Oh, nee. Die Steuerung ist so kacke. Das hat wieder so ein Bot-Game. Oh, nee. Ich... Oh, das war gut von mir. Kann das nicht. Motorisch nicht. Belastend. Der ist jetzt noch drin! Fall hin, Digga! Ja, aber Sven, du bist zumindest durch, ne? Ich bin hier out of order. Nein! Ja, aber du bist zumindest vierter. Ich hab' nicht mal ne Platz. Wirklich. Neu. Ich bin irgendwas mit Fünfter oder so. I don't care. Krieg's nicht hin, ich krieg die Runde nicht. Bin jetzt in der letzten... Oder vier, vier einfacher. Bin jetzt hier in der letzten Runde gewesen. Also, du warst noch vor mir. Ah, okay. Ach, Gott. Also, wir können froh, dass das einfach... Ich kann das Spiel einfach nicht. Ich hasse dich. Wie war das? Sam ist voll okay. Sam ist auch okay. Sam! Ja, ist auch okay. Der hat dafür gesorgt, dass Jack jetzt nichts weiter ist. Ja. Du weißt aber, dass Sam gerade die... Naja, das macht mir nichts. Da stehen einen angriffen. Das ist so belastisch. Ne, interview, Smokey! Ja, du kommst so weit genug weg. Ja. Nächste Runde, Hazard! Da hol ich dich. Ich... Da läuft das Fenstchen. Ah ne, weg! Da ist der andere! Da ist der andere Kaktusbruch. Ja, das ist der andere Kaktus. Na, was machst du jetzt, Sven? Ach, das geht doch! Krass, das geht. Ich will mal gucken, was passiert, wenn man nichts macht. Ja, du machst ihm halt Schaden. Ja, aber ist der andere Kaktusbruch weg? Oder gibt es ja irgendwie einen Blutopur? Bestimmte Schiffman. Ich glaube, der sind für immer weg. Ich glaube, der sind für immer weg. Gab es das Schiffman? Ne. Schwach. 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 Dafür kann der Schiffman rausgehen. Aber Iris will, dass du mich das am Leben lassen. Ja, kann ich. Ich bin halt ein richtiger Teamplayer, weißt du? Oh Gott. Okay, das könnte ich schaffen, wenn ich jetzt... Das ist halt random, finde ich. Ist das nicht... Das ist halt okay. Gerne, kuscheln wir gerade so ein bisschen. Ja, klar. Dafür steht Akadariko. Nein, komm, weiter. Ja! Nice. Nice, komm. Nein, nicht hängenbleiben. Nicht hängenbleiben. Nicht hängenbleiben. Nicht hängenbleiben. Nicht hängenbleiben. Oh nein, ich sterbe. Okay, raus. Ich sag, wie es ist. Ich seh mich nicht mehr. Boah, ich komm nicht mehr vor, Alter. Ich seh mich nicht mehr. Sveni, hau rein, Junge. Ich halt nur D gedrückt. Haha. Ich auch. Ja, ich auch. Aber das geht halt eigentlich. Ich bin tot. Geh, geh. Hier, geh. Ey, jetzt hilf mich doch mit. Wäre ich im Ziel, oder? Ja, Nick hat's Ziel erreicht, ja. Okay. Das ist so doof. Ja, wo ist Sveni? Zieh noch eins. So geht das. Okay. Oh. Oh. Als hätte das Spiel nicht so eine beschissene Steuerung gehabt. Ja. Jihau. Würde ich's ja sehr mögen. War krass, Yannick. Krass, krass. Also. Ich wusste das. Ich wusste das nicht. Ich hab eine niedrige Zahl vermutet, aber 0 ist frech. 0 ist krass. 0 ist schon mopfig. Ja, ich hab's getampft. Hä? Sven? Falsche Taste, oder? Falsche Taste, ja. Oh mein Gott. Aber hey, Sveni gönnt sich trotzdem. Nächste Runde vielleicht. Nee, nächste Runde. Also auf jeden Fall. Wenn du sie wegdeleportiert wirst, dann kriegst du die. Weil Jack hat ja nicht genug. Nee, Yannick. Vielleicht. Aber Sven hat auch nicht genug, ey. Ja, das interessiert die nicht. Die können nicht rechnen. Weil er wäre einfach nur für den, dass der nicht noch mal kauft. Nee, die wollen einfach, dass Yannick nicht gewinnen. Die wollen mich alles für Hesad locken. Das ist so. Wo ist denn der jetzt? Der muss auch neben mir stehen, oder nicht? Nee. Na, der Gute ist noch nicht da. Richtig. Oh. Lol. Wild. Steckst du mal vom Gamehunter? Was ist das? Lol. Lol. Da wird es zurück. Das tut weh. Das tut weh. Das tut weh. Also sagen wir's jetzt. Ich glaube, wer von euch beiden gleich nächste Runde zuerst kommt, der kriegt den Schlüssel. Nein, die Truhe. Nee, der Pokal. Oh Gott. Random Tetris. Das geht. Das geht. Random Tetris. Alles klar. Let's go. Ich bin oben. Oh. Ähm. Ah. Schade. Ah, Pfeff. Nein. Sven, halt stopp. Äh, kann ich ja nie. Sven. Nein. 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 Sven, halt stopp. Sven, halt stopp. Jetzt noch. Alter. Gleich auf mit Sven. Ich hab ihn gleich. Jawohl Sven. Ja. Nein. Nein. Ja. Für Sven. Der kommt hier. Fertig. Nein. Okay. Sven oder David. Sven oder David. Spannendes Ding. Oh. Wir machen spannend. Sven oder David. Sven oder David. Ich schaff's nicht. Das ist mir zu schnell. Boah. Sam kommt noch an. Das ist mir zu schnell, Mann. Boah, Sam ist jetzt auch da. Halt. Sven hat's geschafft. Klar. Oh, boah. Das kommt nicht klar, Mann. Ja, ich hab's endlich geschafft, Mann. Aber wie, ich bin trotzdem nur... Hä? Ja, Sam kam auch noch. Sam hat ein Comeback in die Licht. Geil. War nicht witzig. Sam ist ein undesohn. Ich hab ja fast von mir alles ausgefüllt. Sven ist so ein richtiger Hundesong. Komm, Spiel aussuchen, ja? Dankeschön. Spiel aussuchen, ja. Das ist lauter Laser. Ich glaub, das ist neu. Flinker Flug kennen wir. Ich kenne nur Eduard Laser. Lauter Laser mach ich mal. Das kenn ich noch nicht. Das ist halt lauter Laser. Ja, aber vielleicht ist das eher so wie... Ich kann mir so vorstellen wie... Ah, nee. Ich glaub, das ist sowas wie Kanone, nur mit Laser. Ich kenne nur Eduard Laser. Ich bin Eduard Laser. So, Spenzen. Na, und wer kennt... Kennt ihr noch Eduard Laser? Na, Siggi. Wer kennt Eduard Laser nicht, Alter? Das war immer sicher hier. Oh, Medi-Kill. Ich krieg einfach keine Schlüssel, das ist zu verlassen. Oh, ihr liefert euch einen guten Kampf, wo wir zwei im Platz. Sven hat den zweiten Plötzscher gewonnen. Na, was noch alles tun? Wenn er sich jetzt nicht dumm anstellt. Na, das ist ja nur ein Schlüssel, Sache. Herr Sven? Bitte, danke. Alter, so viel hast du mir gezogen. Was heißt so viel? Sechs Schlüssel? Also, ich möchte mal ganz kurz sagen, ich zähle die Bots nicht mehr mit. Also, bin ich der Letzte. Treppchen ist Treppchen. Naja, Treppchen ist für mich Treppchen. Also, Treppchen ist für mich der Erste, Zweite. Deswegen... Ja, für die drei, wenn man das... Treppchen. Die drei haben auch ihren Platz im Leben verdient. Wer weiß, was der Laser macht, den du bekommen hast, David? Geh nochmal ein Rundchen. Wild. Wollen wir noch ein paar Nullen nächste Runde ziehen? Und nächstes, übernächste, dann kriegst du vielleicht noch die 40. Ich krieg nicht mehr die 40. Der geht eben... Der geht immer zum Ersten, alles gut, David. Ja, und wenn ich jetzt weiter ein Rundchen drehe, dann kommt er bei mir raus als nächstes. Ja, aber mach ich ja nicht... Du bist ja nicht Erster. Du kommst ja hier nicht zu dir. Aber er kann... Er kann mich trotzdem angreifen. Das ist das Problem. Ja, gut, kann sein. Ich glaub, wenn man zu... Ja, wenn man zu nahe rangeht, kann sein. Okay. Oh, lol. Ah, das ist im Endeffekt Laser ausbreiten. Ja. Ja, also neu ist es nicht. Das kennen wir schon. Oh Gott, das wird jetzt spannend. Noch bin ich drin. Ich auch. Oh, Schaden bekommen. Okay, jetzt nicht mit Leben, sondern mit Lebensbeiden. Okay, alles klar. Ich hab jetzt auch... Okay, aktuell bin ich Letzter. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ohne Schaden da durchgekommen. Geil. Alles ab. Okay, ich hab Schaden genommen. Ich bin eindeutig Letzter. Oh, mein... Alter. Was tut hier? Ich bin tot. Jawohl. Boah, schlecht angefangen. Gut aufgehört. Jawohl. David. Ja, so muss das sein. Frech. Die Frage ist, wo geht er jetzt lang? Geht er jetzt nach Dienst oder nach Rechen? Hab ich noch was Cooles? Nein. Genau, cool. Oh Gott, ich drücke mir... Das ist okay. Wenn du mit mir tauschtest, scheiße. Kann ich dir gleich sorgen. Ja, dann macht er mich weg. Ist mir schon klar. Wo ist denn der andere? Da unten. Das ist aber auch keiner. Theoretisch genau genug dran. Da kann ich auch gleich bei mir bleiben. Okay. Also du bist halt in der Sackgasse. Also wenn das Ding kommt, dann... Ja, ich weiß. Ja, mach den mal weg. Ja, ich muss schon wieder vorbereiten. Ich seh das schon. Jawohl, nicht zu nah ran. Box dann zu. Ich box den weg. Wann hast du zwölf schon? Oh Gott. Er kommt mir noch zugefüßt. Ja, Janek? Ja. Naja. Tut mir jetzt leid. Der Hater. Das tut mir jetzt echt leid. Der Hater. Anstatt... Oh leid, der weg. Ja. Äh, kann ich doch nicht. Ich hab noch genug. Ah, okay. Ich hab nicht genau Schluss. Aber du hast den geilen Lasers nehmen können. Du weißt, was er jetzt zusammen anstellen können. Letzte Runde, da musst du den Lasers setzen. Ja, ja, ich weiß. Das ist klar. Sven, du willst doch. Gibst du. Ach nee, okay, dann nicht. So. Also Sven kriegt glaube ich das meiste für Kills. Ja. Oder einer der Botz. Ich weiß nicht, wer mehr hat. Gekillt hab ich nie, Mann. Nee. Also Janek, du wirst jetzt auf jeden Fall sterben. Ah. Nee, mein Schlüssel. Ja, der geht zu ihm. Nee. Verdammt. Ich rede nochmal ne Ehrenrunde. Siehst du, ist er so wieder am Platz. Also hat er den Platz nie verlassen. Hat ne Null gewirfen. Dieser Heide. Man. Oh mein Gott. Das sind so viele Schüssen. Ja, jetzt weißt du ganz genau, warum ich das getan habe. Na ja, verliert man dann alles. Alles ist nicht. Nee, du verlierst nicht alles. Oh nee. Du verlierst einen Großteil. Ripman. Bumbaman. Bumbaman. Kann ich nicht. Okay, da bist du schlecht drin. Du musst gucken, wo ich sitze. Warte, gleich seid ihr erster, zweiter. Außen. Oh Gott. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde sterben. Oh. Ich bin tot. Ich glaube, Janik hat mich gemacht. Kann doch gut sein. Sag, wie ist das? Ne? Oh. Fuck. Scheiße. Ich bin tot. Oh Mann, zwei Sekunden vor David gestorben. Wie scheiße. Ich glaube, ich habe Janik weggemacht. Okay, Taktik war gut. Warum habe ich null Punkte? Weil du als erstes gestorben bist. Ah. Willst du mal belassen? Okay. Belassen. Knapp. Oh mein Gott. Ich habe 150 Punkte gemacht. Ah, ich bin so was. Ich bin dritter. Ich bin dritter. Ich bin dritter. Dann gehe ich erst hin. Ich bin verwirrt. Ah, ja. Das ist mit dem Ganzen. Das ist Waffenlager. Ich kann theoretisch, habe ich jetzt noch zwei Runden. Na. Und ich muss hohe Zahlen treffen. Was ist auch problem. Ich muss mindestens, ich glaube, ich schaffe das gar nicht mehr, oder? Kann das sein? Was denn? Nee, theoretisch schaffe ich es nicht mehr zum Ding. Glaube ich. Aber möglich ist das. Das ist möglich. Ich glaube nicht mehr. Ich glaube nicht mehr. Zweimal hohe Zahlenwerfen, dann passt das. Oder Rakete kriegen. Schenkung, Glück. Das ist doch nicht möglich. Ja, Sven kann nicht einlösen. Sven kann nicht einlösen. Jetzt kommt es drauf an. Was habe ich noch so? Oh Gott. Das könnte in die Hose gehen. Das könnte in die Hose gehen. Spiel das so. Ah, nee. Nein. Toll. Nice. Lol. Okay, das ist krass. Das Problem ist, der wird mich jetzt töten, oder? Nee, warte. Nein. Ich bin ja noch Würfel. Meister. Oh mein Gott, ich kriege ihn noch. Das ist frech. Hm. Aber jetzt bin ich ja... Nee, ich bin ja trotzdem. Haha. Das ist wirklich. Hat er es gott auf die Hate, ne? Hm, habe ich noch was Sinn macht? Theoretisch hättest du Teleporter. Aber es macht keinen Sinn. Glaube ich. Technisch gesehen. Also wenn ich da machen würde eins, müsste ich eine Rakete nächste Runde kriegen und dann. Dann wäre der hier noch möglich, aber sonst. Ja, aber es macht keinen Sinn. Ja, hast du noch irgendwas zum Sprengen, das du dem anderen entgegenwerfst? Ja, du hast die Abrissbirne. Oh, Zeit abgelaufen. Du hättest die Abrissbirne nehmen können, um dem, 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 fleischhassenden Haschböckler noch was entgegenzusetzen. Wurde Sam, setzt du jetzt gleich Sven noch weiter entgegen? Ah, nee, doch nicht. Nee. Der geht weiter. Als wärst du gar nicht da, Sven. Ich hab dich gesehen. Ja, aber das ist noch weit genug weg. Ah, nee, doch nicht. Okay, gehen. Also Hazard kriegt den Pokal für die meisten Kids. Ähm, ich würde sagen, der geht zu denen, der die meisten Hälfte hat. Oh. Okay, das Spiel kann ich überhaupt nicht. Oh Gott, Snake. Multiplayer. Und vor allem, wo bin ich denn? Oh, ich bin da oben. Du hast selbst aufgeschlossen. Sven. Ja, nee, gehen wir beide. Ja, wie immer du es, Sven. Ich kann das Spiel nicht. Immer das, Sven, ey. Auch wenn es eine Anspielung an mein Lieblings, äh, mein Lieblings, äh, bin es. Nein, ja, nee. Ja, nee. Du bist fies, Sven. Wurde ich denn? Du bist ne Mopf, Sven. Ich hab mich selbst gekillt. Ich hab keine Ahnung, wen ich getötet hab. Sehr gut. Ich hab, glaub ich, rot getötet. Keine Ahnung. Moin, Janek. Na? Ich hab mich selbst getötet. Ja, ich hab mich selbst getötet. Aber ich hab einmal Biene bekommen. Ja, Mann. Immer eine wilde Biene. Oh, was ist das alles? Aber warte mal, ich muss das Geschütz jetzt hinstellen, ne? Ich weiß nicht, wie ich das hinstellen soll. Ja, das stimmt. Mach nochmal die Abrissbirne zum Schluss. Ja. Weiter dann noch. Glaub ich noch. Hm, der ist jetzt ein Stück weit weg, ne? Naja. No, er macht die Damage, alter. Uff, äh. Uff, alter. Ja, geh nach oben. Geh nach oben. Ja, du hast hier gesprungen. Ja. So, jetzt muss ich mal die Gatling ausprobieren. Hier. Keine Ahnung, wo ist die. LOL. LOL. Nein. Okay. Nein, es ist gelade. Boah, der kriegt die ganze Schlüssel. Na, ist schon viel. Das ist ein krasser Kill. Hm. Boxhanschuh von jeder Entfernung, quasi. Kann ja im Endeffekt nur noch Schlüssel bekommen. So, was ist die große, urrechte letzte Tat? Oh, nochmal das Zehnpüffel. Krass. Krass. Oh. Alter, und zehn Jahre am Anfang, ja. In seinem letzten Zug genau wieder da. Das ist krass. Was wird Sven machen? Wird er nochmal auf Schaden gehen in der letzten Runde? Wird er nochmal sich heilen, bevor es ganz immer... Das macht keinen... Naja, du kannst auch... Ah, aber setzt es ein, ne? Das ist nicht mal irgendein. Weißt du, reingesetzte Items. Daraus wird Sven jetzt. Hm. Komm, drei nach vorne. Ey, Boxhank wird jetzt gefüttert, nochmal. Das ist frech. Ey, du hast... Und der letzte Wurf, ne neun. Aufwild. Hallo, Zombie. Na, komm, nochmal... Nochmal auf... Ach, ne. LOL. Der hätte nochmal einen bekommen. Ja, der steht jetzt drei oder viermal davor und hat kein Willkommen. So, der... Das fleischhassende Hasszahztrückler, der will sich hier ein letztes Mal an. Hm. Hm. So, und jetzt wird entschieden. Aber spannend. 3, 3, 2. Das stimmt. Ich könnte es jedem von uns. Ja, ich könnte es auch geben. Willkommen bei der Pummel Awards. Oh. Die Pummel Awards, Leute. Geil. Jeder kriegt den Logen. G-G-D. 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 Okay. Leider, er fliegt. Janik. Janik. Ja. Janik! Das wird nochmal spannend, ey. Das wird nochmal spannend. Ja, Janik. Okay. Okay, Janik hat gewonnen. Danke für diese Ehre. Ich hätte nicht damit gelesen für diesen Preis. Janik hat gewonnen. Nee, weißt du nicht. Gewohne Schlüssel am meisten. Janik. Ja, wo? Noch mal Janik. Ich danke mal nicht. Komm, noch mal Janik. Gewohne Schlüssel. Gewohne Schlüssel am meisten. Danke, danke, danke schön. Dankeschön, danke schön. Oh, komm, noch mal. Gut, das Spiel. Janik, könnt ihr auch mal was anderes machen? Janik hat gerade fünf Worte in den Arsch gesteckt bekommen, ne? Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Ich kann gar nicht mitmachen müssen. Geschlüsse sammeln. Träppchen, Sven. Komm her. Dritter. Wie geht's, Sven? Weg mit dir. Weg mit dir, du. Du gehörst da nicht rauf. Du gehörst da nicht drauf. Ich bin der Sieger, nicht du. Weg, du Müllhaufen. Weg, du Müllhaufen, hab ich gesagt. Mein Platz. Und von Ursache, der Schaden war aber knapp. Du und Sven haben zwei Unterschied gehabt. Also durch die Maschine, durch den Laser am Ende, hat David noch den Pokal gekriegt. Boah. Was für's wild. Hat durch den Einsatz der Ulti-Waffer, David sich nochmal auf zwei Platz gekriegt. Kass. Nicht schlecht. Immerhin. Hat aber Spaß gemacht, fand ich. Ja. Ja. Ben steht einfach anteilnahmenlos da und ich... Svenny! Du bist ein Schnauze-Käfig, Mann. Robo-Kill. Oh, ganz nett. So. So, für YouTube. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haus rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.